Willkommen. Wir haben hier eine hübsche Exponentialgleichung von einer Aufnahmeprüfung an der Oxford University. Das Besondere an dieser Gleichung ist die Tatsache, dass man von euch zwei verschiedene Lösungswege verlangt. Also es reicht nicht aus, wenn man nur die Gleichung löst, sondern man muss sie mit zwei verschiedenen Ansätzen lösen. Für den Anfang schauen wir uns eine erste Lösungsmöglichkeit an. Wenn man sich ein bisschen mit solch allgemeinen Exponentialgleichungen beschäftigt, dann merkt man, dass eine Taktik so gut wie immer funktioniert. Und zwar, dass man die Exponentialtherme hier in der Gleichung so weit zerlegt, dass man irgendwelche Gemeinsamkeiten erkennt. Genauso ist es auch hier. Zum Beispiel unser erster Exponentialtherm, 2 hoch x plus 2. Nach einer gewissen Potenzregel können wir das auch zerlegen in 2 hoch x mal 2 hoch 2. Die 4 hoch x hinten kann man auch zerlegen. Die 4 ist eigentlich eine 2 hoch 2. Deshalb können wir das Ganze auch so schreiben. 2 hoch 2, alles hoch x. Gut, auf der rechten Seite, die Zahl 4, die würde ich jetzt erstmal in Ruhe lassen. Die kann man auch als 2 hoch 2 schreiben, aber das ist kein Exponentialtherm, deshalb macht es keinen Sinn. Und die 8 hinten, ja, die kann man als 2 hoch 3 schreiben. Deshalb wäre das dann 2 hoch 3, alles hoch x. So, und dieser Terme kann man jetzt gegebenenfalls noch ein bisschen anders darstellen. Also, 2 hoch 2 sind hier am Anfang 4. Deshalb können wir diesen Term auch als 4 mal 2 hoch x schreiben. Dann können wir die Klammer hier auflösen. Zur Erinnerung, wenn man zwei Exponenten hat, dann tut man sie immer miteinander multiplizieren. Also hätten wir dann an dieser Stelle 2 hoch 2 x. Dann gleich 4 plus, und auch hier werden wir die Exponente miteinander multiplizieren, sind dann 2 hoch 3 x. Dann, wie üblich, bei jeder Gleichung wäre nicht schlecht, wenn wir alles auf eine Seite schieben. Ich werde jetzt sozusagen alles auf der rechten Seite schieben, wo die höchste Potenz steht, und dann die Gleichung umdrehen. Aber das ist eigentlich völlig egal, wie ihr rumschiebt. Das spielt keine Rolle. Also, ich bringe einmal die 2 hoch 2 x mit minus 2 hoch 2 x rüber und dann natürlich auch noch die 4 mal 2 hoch x mit minus 4 mal 2 hoch x. Entsprechend fange ich dann an mit der höchsten Potenz. Dann haben wir dann 2 hoch 3 x. Dann die nächste Potenz ist minus 2 hoch 2 x. Dann kommt minus 4 mal 2 hoch x. Und am Ende noch die 4, die da ist. Und das Ganze ergibt dann 0. Unser Gleichung sieht jetzt nicht sehr viel besser aus, aber deutlich besser. Und zwar, ein Vorteil ist, dass wir bei all dieser Exponentialtherme unten die gleiche Basis 2 haben. Im nächsten Schritt solltet ihr erkennen, dass in den ersten drei Termen eigentlich das 2 hoch x drin steckt. Um das zu verdeutlichen, was ich damit meine, werde ich jetzt sozusagen einen Zwischenschritt bauen. Mit der gleichen Potenzregel wie oben können wir diese Terme, also diese ersten Terme, hier auch ein bisschen anders herumschreiben. Ich kann den ersten Term auch als 2 hoch x und alles hoch 3 schreiben. Den zweiten Term als 2 hoch x, alles hoch 2. Und die anderen zwei Terme schreibe ich einfach nur ab. Die kann man in diesem Fall nicht mehr vereinfachen. Jetzt, da in allen diesen ersten drei Termen das 2 hoch x drin steckt, sollten wir es vielleicht substituieren, beziehungsweise ersetzen mit einem einfacheren Ausdruck. Und das werde ich jetzt auch hier tun. Also, Substitution abgekürzt subst. Wir werden das 2 hoch x jetzt mit einer anderen Buchstabe ersetzen. Egal was, ich entscheide mich jetzt für u. Und dadurch kriegt dieser Gleichung hier ein neues Aussehen. Die lautet dann u hoch 3 minus u hoch 2 minus 4u plus 4 gleich 0. Also, die Gleichung sieht dann ein bisschen einfacher aus. Jetzt stellt sich die Frage, wie losst man so eine Gleichung? Naja, die Mitterlandsformel oder die ABC-Formel funktioniert nicht, weil u hoch 3. Gut, dann gibt es noch solche Ansätze wie Ausklammern im Zusammenhang mit dem Satz vom Nullprodukt. Das tut hier auch nicht, weil die 4 hinten beinhaltet kein u, sodass wir u ausklammern können. Und außerdem wäre noch die Vorgehensweise für biquadratische Gleichungen, auch mit Substitutionen, aber das tut hier auch nicht, wegen den Hochzahlen, die wir haben. Also, keine der üblichen Mittel in der Oberstufe funktioniert hier. Deshalb gibt es noch zwei andere Mittel, die man im Notfall anwenden kann. Die eine heißt Horner Schema. Die lernt man erst im Grundstudium, deshalb werde ich das hier nicht ansprechen, obwohl es vielleicht schneller und einfacher wäre an dieser Stelle. Dafür lernt man normalerweise in der Mittelstufe und in der Oberstufe Polynomdivision. Und das wäre hier auch eine mögliche Lösung. Das heißt, wir müssen diesen Polynom hier, das wir hier unten links haben, zerlegen. Dafür brauchen wir eine Lösung dieses Polynoms oder sozusagen eine Nullstelle. Und diese Nullstelle findet man dann aus durch Rumprobieren. Aber das ist kein willkürliches Rumeiern, sondern man probiert gezielt rum. Mit Teiler dieser hinteren Zahl. Also, dieser 4 hier hinten spielt eine wichtige Rolle dabei. Und wenn dieses Verfahren gedacht ist, dann muss die Lösung oder eine Lösung dieses Polynoms ein Teiler dieser Zahl sein. So, machen wir uns ein paar Gedanken, welcher Teiler hat denn die Zahl 4. Also natürlich Plus oder Minus 1 kommen für uns in Frage. Plus oder Minus 2. Und wenn das nicht tut, eventuell noch Plus oder Minus 4. Ja, wir hatten jetzt an dieser Stelle Glück. Also ich habe rumprobiert mit der 1 und es kam gleich 0 raus. Kurz zum Beweis, wir hätten dann 1 hoch 3 minus 1 hoch 2 minus 4 mal 1 plus 4. Und wenn wir das jetzt hier zusammenfassen, 1 minus 1 ergibt 0 und minus 4 plus 4 ergibt auch 0. Somit wissen wir, dass eine dieser Lösungen 1 ist. Also ich könnte auch hier schreiben, dass U1 gleich 1 ist. Und diese Lösung benutzen wir jetzt, um diesen Polynom durch Polynom-Division weiter zu zerlegen. Dafür schreiben wir jetzt unser ursprünglicher Polynom hin. Also entsprechend haben wir dann U hoch 3 minus U hoch 2 minus 4 U plus 4. Und dividieren es durch den Linearfaktor, das uns diese Lösung hier mitliefert. Kurze Erklärung für den Fall, dass ihr es vergessen habt. Den Art Linearfaktor bildet man, indem man einfach die 1 hier bei dieser Lösung auf der anderen Seite zu der U bringt. Und entsprechend hat man dann eine Klammer mit U minus 1. Das ist der passende Linearfaktor zu dieser Lösung. Und genau durch diese U minus 1 teilen wir auch hier an dieser Stelle. Es gibt grundsätzlich von der Darstellung zwei Möglichkeiten, die Polynom-Division durchzuführen. Und ich werde natürlich die Möglichkeit nehmen, die mir am besten gefällt. Für den Fall, dass ihr vergessen habt, wie das geht. Zum Beispiel am Ende dieses Videos im Abspann findet ihr auch dazu ein passendes Tutorial. Also, legen wir los. Als erstes teilen wir die höchste Potenz hier durch die höchste Potenz im Nenner. Das heißt, U hoch 3 geteilt durch U ergibt natürlich U hoch 2. Dann wird dieser U hoch 2 schön der Reihe nach mit dieser Terme hier multipliziert, und mit ungedrehtem Vorzeichen auf der linken Seite geschrieben. Das heißt, U hoch 2 mal U ergibt eigentlich plus U hoch 3. Aber beim Hinschreiben drehen wir das Vorzeichen um. Was das für einen Sinn hat, seht ihr gleich. Dann der nächste Schritt. U hoch 2 mal minus 1 ist minus U Quadrat. Wir drehen wieder das Vorzeichen um und dann haben wir plus U Quadrat. Jetzt ziehen wir einen Strich und zählen die Terme zusammen. Hier verschwindet alles, also kommt 0 raus und hier verschwindet alles. Das bedeutet, für den nächsten Schritt müssen wir beide Terme hier nach unten ziehen. Also, wir haben dann minus 4 U plus 4. Und jetzt wieder verordnen wir unseren ersten Schritt. Minus 4 U geteilt durch U sind einfach nur minus 4. Und dann minus 4 mal U ist minus 4 U. Wir drehen wieder das Vorzeichen um, dann haben wir plus 4 U. Und minus 4 mal minus 1 ergibt plus 4. Ungedrehte Vorzeichen steht hier minus 4. Dann zählen wir wieder alles zusammen und damit sind wir schon fertig. Also, wir haben jetzt praktisch unser ursprünglicher Polynom zerlegt. Einmal in diesen Linearfaktor U minus 1. Also deshalb schreibe ich es auch so hin. Und dann können wir das Ganze noch multiplizieren mit dem Ergebnis von unserer Polynom-Division. Das heißt, U Quadrat minus 4. Und das Ganze kann oder muss 0 ergeben. Um diese Gleichung zu lösen, verwendet wir natürlich diesen sogenannten Satz vom Nullprodukt. Das bedeutet, einmal könnte die linke Seite 0 sein, aber die kennen wir schon. Die liefert uns unsere erste Lösung. U1 ist gleich 1. Das haben wir schon hier unten links geklärt. Und auf der rechten Seite haben wir eine quadratische Gleichung, die wir ganz einfach lösen können. Also, wir bringen die 4 rüber. Die minus 4 rüber mit plus 4, besser gesagt. Dann haben wir U Quadrat ist gleich 4. Und dann ziehen wir die Wurzel. Und somit haben wir noch zwei weitere Lösungen. Ich schreibe sie hier an der Seite. Und da wir jetzt die U-Werte herausbekommen haben, können wir auch natürlich resubstituieren und die x-Werte rauskriegen, die ursprünglich gesucht waren. Also, ich schreibe hier einfach an dieser Stelle resubst. Also von resubstitution. Und so in Erinnerung, bei der resubstitution muss man natürlich die Substitution nutzen. Hier angedeutet. Also, wir wissen, dass 2 hoch x gleich U ist. Das würde wir setzen. Schön der Reihe nach für U die Werte rein, die wir rausbekommen haben. Und gucken, was für Lösungen für x dabei entstehen. Also, die erste Möglichkeit wäre mit U gleich 1. Entsprechend habe ich dann hier 2 hoch x. Ist das gleiche wie 1. Das kann man auch durch Logarithmieren zur Basis 2 lösen. Aber ihr könnt euch auch überlegen, 2 hoch wie viel ergibt denn 1. Und ja, da kommen wir ziemlich schnell auf 2 hoch 0. Also, 2 hoch 0 ergibt 1. Das bedeutet, durch Exponentenvergleich finden wir raus, dass die erste Lösung x1 gleich 0 lautet. Dann die zweite Resubstitution mit U2 ist gleich 2. Also, 2 hoch x ist gleich 2. Hier ist es noch einfacher. Natürlich ist die 2 rechts eigentlich eine 2 hoch 1. Und wenn wir jetzt wieder die Exponenten vergleichen, dann haben wir automatisch schon die zweite Lösung. x2 ist gleich 1. Und unser dritter Versuch mit U3 ist minus 2. 2 hoch x ist gleich minus 2. Naja, das ist eigentlich nicht möglich. Also, eine Exponentialfunktion der Form 2 hoch x kann niemals 0 werden oder negative Werte annehmen. Das Schaubild liegt einfach ständig über der x-Achse. Deshalb liefert dieser Ansatz keine Lösung mit sich. Also, im Endeffekt haben wir hier zwei Lösungen. x1 gleich 0 und x2 gleich 1. Also, eine kleine Bemerkung an dieser Stelle für diesen ersten Lösungsweg. Das ist auch der erste Lösungsweg, der mir eingefallen ist in dem Moment. Und ich muss sagen, ja, wir wahrscheinlich sieht nachvollziehbar, machbar, aber man braucht schon einige mathematische Grundkenntnisse dafür. Der zweite Lösungsweg geht allerdings viel einfacher und schneller. Und deshalb schauen wir uns das jetzt auch nochmal an. Wir brauchen jetzt einen völlig neuen Lösungsansatz. Das heißt, diese Zerlegung in Terme zu Basis 2, was wir vorher gemacht haben, können wir nicht mehr nutzen. Naja, wenn es nicht Basis 2 ist, vielleicht hilft es irgendwie, wenn es in Basis 4 ist. Also, man muss ein bisschen rumprobieren, was hier tut. Den ersten Term können wir genauso zerlegen wie vorher, weil die 2 kann ich nicht in eine 4 zerlegen. Also, von daher würde ich es einfach mal als 2 hoch x mal 2 hoch 2 hinschreiben. Den zweiten Term, wenn wir jetzt sowieso die Basis 4 wollen, können wir einfach stehen lassen oder abschreiben. Dann die 4 natürlich in Ruhe lassen. Und die 8 hier kann man zerlegen in 4 mal 2. Also, wir haben dann 4 mal 2, alles hoch x. Und das können wir jetzt noch ein bisschen schöner darstellen. 2 hoch 2 sind wiederum 4. Also, wir haben dann 4 mal 2 hoch x plus 4 hoch x ist gleich 4 plus. Und wenn wir die Klammer hier auflösen, dann haben wir 4 hoch x mal 2 hoch x. Okay, jetzt müssen wir Gemeinsamkeiten zwischen dieser Terme finden. Also, das Ganze so rumschieben, dass die Terme irgendwie zueinander passen. Natürlich kann man an dieser Stelle ein bisschen rumprobieren. Aber Idealfall wäre, wenn ihr zum Beispiel die 4 auf der rechten Seite einfach auf der linken bringt. Also, einfach mal minus 4 an dieser Stelle rechnet. Und die 4 hoch x von der linken Seite rechts bringt. Weil wir hier auf der rechten Seite auch eine 4 hoch x haben. Also, entsprechend minus 4 hoch x. Unser Gleichung sieht dann so aus. Wir haben dann 4 mal 2 hoch x minus die 4, die von rechts kommt. Und ist gleich 4 hoch x mal 2 hoch x minus die 4 hoch x, die von links kommt. Und wenn wir jetzt links und rechts die Terme betrachten, dann merken wir Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel auf der linken Seite beinhalten beide Terme die Zahl 4. Deshalb können wir diese 4 ausklammern. Sagen 4, Klammer auf. Dann bleibt in der Klammer nur 2 hoch x minus 1. Und auf der rechten Seite können wir die 4 hoch x ausklammern. Also, 4 hoch x, Klammer auf. Ebenfalls 2 hoch x minus 1. Und spätestens jetzt gibt es ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Diese zwei gemeinsamen Klammern kann man nutzen, wenn man die Terme jetzt alle auf eine Seite bringt. Also, ich könnte zum Beispiel entweder das rechts auf der linken Seite bringen oder umgekehrt. Ich schiebe einfach die rechte Seite auf die linken Seite jetzt. Minus 4 hoch x mal 2 hoch x minus 1. Entsprechend haben wir dann hier 4 mal Klammer auf 2 hoch x minus 1 minus 4 hoch x mal 2 hoch x minus 1. Und das Ganze ergibt 0. Und jetzt können wir diese gemeinsame Klammer wiederum ausklammern. Ich springe jetzt auf der rechten Seite und ziehe diese Klammer nach vorne. Also, entsprechend haben wir dann 2 hoch x minus 1. Und dann wieder Klammer auf. Auf der linken Seite bleibt nur die 4 stehen. Und auf der rechten Seite bleibt minus 4 hoch x stehen. Und das Ganze soll 0 sein. Und jetzt können wir wieder diesen Satz vom Nullprodukt anwenden. Also, linke und rechte Seite jeweils 0 setzen. Das heißt, 2 hoch x minus 1 wäre dann 0. Entsprechend ist dann 2 hoch x gleich 1. Und das kennen wir schon von der ersten Lösung. Dann schreiben wir die 1 auf der rechten Seite als 2 hoch 0. Und durch Exponentenvergleich kriegen wir schon die erste Lösung raus. x1 ist 0. Und auf der rechten Seite haben wir 4 minus 4 hoch x soll 0 sein. 4 hoch x rüberbringen. Dann haben wir 4 ist gleich 4 hoch x. Und das bedeutet, dass x wiederum 1 ist. Also, es sind die gleichen Lösungen wie bei dem ersten Lösungsweg. Also, ziehen wir jetzt eine kleine Schlussfolgerung aus dieser zwei Lösungswege. Der zweite Lösungsweg, wie ihr seht, ist auch von Aufwand ein bisschen geringer als der erste. Und benötigt auch nicht so viele mathematische Grundlagen. Also, keine Substitution, keine Polynomendivision und so weiter. Allerdings bedarf es ein bisschen Kreativität. Wenn ihr Interesse, gleich am Ende im Abspann findet ihr noch eine Playlist mit ähnlichen Aufgaben. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.